Ich lerne Deutsch. Nummer 1800 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns alle auf Weihnachten, aber es ist noch so lange hin. Wir freuen uns alle auf Weihnachten, aber es ist noch so lange hin. Wir freuen uns alle auf Weihnachten, aber es ist noch so lange hin. Willkommen beim besten Start-up der Welt. Wir lösen Probleme an der Wurzel. Willkommen beim besten Start-up der Welt. Wir lösen Probleme an der Wurzel. Willkommen beim besten Start-up der Welt. Wir lösen Probleme an der Wurzel. Hier habe ich es gelesen. Glaubst du, dass man dieser Quelle vertrauen kann? Glaubst du, dass man dieser Quelle vertrauen kann? Dein Puls fühlt sich nicht gut an. Ich muss ein EKG machen. Dein Puls fühlt sich nicht gut an. Ich muss ein EKG machen. Ich will mich nicht beschweren, aber ich merke, dass meine Arbeit immer stressiger wird. Ich will mich nicht beschweren, aber ich merke, dass meine Arbeit immer stressiger wird. Ich merke, dass du keine Freude daran hast. Sollen wir uns das weiterhin ansehen, oder ist es dir zu langweilig? Ich bin bereit für einen Tag, der mir neue Herausforderungen bringt. Ich bin bereit für einen Tag, der mir neue Herausforderungen bringt. Endlich ist Oma aus dem Urlaub zurück. Endlich ist Oma aus dem Urlaub zurück. Wir freuen uns, sie wiederzusehen. Ich weiß nicht, was mich mehr interessiert, das Popcorn oder der Film. Meine Einkaufsliste ist auf meinem Smartphone. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Bäcker hatte nur noch ein Croissant übrig. Der Bäcker hatte nur noch ein Croissant übrig. Sie sind immer so schnell ausverkauft. Zeit zum Feiern. Zeit zum Feiern. So viel Gewinn haben wir noch nie gemacht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine Prämie. Endlich habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich suche gerade ein Restaurant in der Nähe. Endlich habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich suche gerade ein Restaurant in der Nähe. Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Du enttäuschst mich nie. Warum gibst du mir die Schuld? Ich war es nicht. Warum gibst du mir die Schuld? Ich war es nicht. Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Wie bezahlst du deine Einkäufe im Internet? Mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmitteln? Der Krankenwagen ist schon da. Ich werde ins Krankenhaus gebracht. Der Krankenwagen ist schon da. Ich werde ins Krankenhaus gebracht. Wie steht mir dieser Hut? Passt er zu meinem Kleid? Wie steht mir dieser Hut? Passt er zu meinem Kleid? Hier ist noch ein kleiner Fehler. Berechne es einfach noch einmal. Hier ist noch ein kleiner Fehler. Berechne es einfach noch einmal. Ich habe schon wieder vergessen, was alles in dieses Rezept gehört. Ich habe schon wieder vergessen, was alles in dieses Rezept gehört. Kannst du es mir noch einmal sagen? Zuerst sind wir mit Straßenmusik angefangen. Drei Jahre später bekamen wir unseren ersten Plattenvertrag. Zuerst sind wir mit Straßenmusik angefangen. Drei Jahre später bekamen wir unseren ersten Plattenvertrag. Welche Ladung bringt das Schiff, das gerade in den Hafen einläuft? Welche Ladung bringt das Schiff, das gerade in den Hafen einläuft? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ich glaube, es ist schon wieder ein Like. Und ich sage, dass ihr das andere Mal an das Schiff ist. Und ich sage, dass ihr das auch ein Kind ist. Und ich sage, dass ihr das auch ein Kind ist. Untertitelung des ZDF, 2020